Jürgen was geht heute zu einem Video auf meinem Kanal heute dieses Video ist sehr schön, hoffe ich werde mich hier befinden Entenhausen Leute, ja, es ist ein bisschen länger als ich jetzt aufgenommen hatte es werden gerade ein bisschen weniger Videos vielleicht kommen weil ich gerade ein bisschen mehr für die Schule mache also Hausaufgaben werden gerade mehr und so deshalb werde ich ein bisschen weniger Videos hochladen und ihr könnt es doch schon neben meiner linken Schulter sein, ne? was ist das? denkt ihr euch? ja, ich habe vielleicht in der letzten Folge versucht mein Haus zu bauen die Folge wurde übrigens nicht hochgeladen ähm ja, also keine Ahnung, warum ich die nicht hochgeladen habe hatte Lust weil die Folge schlecht war auf jeden Fall muss ich hier nur mal ran, weil den Uhrendurm beknappt hier werden wir in die nächste Folge mal herangehen aber hier seht ihr so das grundsätzliche Design für mein Haus ähm ja, wenn ihr euch fragt, was wir zu bauen werden keine Ahnung hier wird so weather clear bisschen blöd zum Zuschauer mit Regen ähm ich hätte Bock ich weiß nicht ich ich baue grad sehr viel und sehr gerne Minecraft eigentlich solche Sachen so ich weiß nicht sowas oder so also schon mehr detailreich, ne? und und ich kann euch vielleicht hier jetzt mal ein paar Bilder einblenden was ich grad so auch fahre mit mir baue und Robert, Moin, Carsten, Moin, Lisa ähm ja ich würde mal sagen mhm ich sehe erstmal die Straße weiterziehen werden ich sehe erstmal die Straße weiterziehen werden und sind jetzt hier fertig mit der Straße ähm ey was soll ich ey ich hätte mir überlegen hier so ein Autohaus hinzumachen also so ein Autoverkaufs-Dingshaus äh ne da hab ich noch nicht so Lust drauf ähm das könnte man noch so bauen Leute ich hab mich entschieden hier zu Parken zu bauen ja hier werden wir so einen kleinen Parken bauen einfach und sagen hier so der Bereich so zapp also meine grobe Vorstellung wäre das jetzt alles erst mit dem Eisenzaun und die das das vor der die 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 das in die die So Leute, damit ist unsere erste Sache im Park auch schon fertig. Wir haben hier so kleines Basketball-Dingschen getan. Hier könnt ihr jetzt bisschen Basketball spielen, kann hier so der Basketball reinfliegen. Also ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Ist jetzt wenig zeitaufwendig so. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020